Hey Leute, hier ist wieder euer Herr Arbeit und heute zum dritten Part von Kingdom Hearts 3. Wir sind hier oben angekommen am Olymp und denken mal, dass wir jetzt da vorne den Gipfel erreichen. Wir werden es sehen. Und ihr habt es ja mitgekriegt, der erste Part, da gab es ein paar Probleme, aber der ist jetzt verfügbar. Also den könnt ihr euch in der Playlist ganz normal mit angucken. Der zweite Part war ein Stream, ging fast um die zwei Stunden, würde ich sagen. Und den könnt ihr euch natürlich auch in der Playlist angucken. Und das hier ist wieder der dritte Part als Let's Play Folge. Und ganz ehrlich, was ist denn da los mit Goofy und Donald? Donald steht hier im Boden. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht doch nicht. Intro ab und dann, äh, ja. So, Goofy geht's gut, Donald geht's gut, Sora geht's gut und jetzt gucken wir mal, was uns hier erwartet. Intro ab und dann, äh, ja. Das ist Olympus. Na, da habe ich ja sogar richtig gut aufgepasst. Aber rein theoretisch müssten wir doch hier... Ne, das steht ja nicht. Okay. Oh, verdammt. Okay, jetzt ist auch nichts gebracht. Ich scheine hier... Überfordert. Ich würde hier mit Magie fertig machen. Oh, Wutform. Oh, das tut sie nicht, ja. So, hier solltet ihr jetzt keine Probleme mehr sein. Gut, wie Bomber noch reingemacht. Okay, gut. Ich musste mich hier ein wenig konzentrieren. Das war für mich neu, anders. Aber ihr habt es ja gesehen. Hat ja gut funktioniert. Multifokus. Multifokus-Kommandos lassen dich mehrere Gegner auf einmal oder mehrmals denselben Gegner ins Visier nehmen und eine ganze Salbe von Geschossen auf sie abfeuern. Steuerung R1 gedrückt und bewege L oder R, um die Gegner deiner Wahl ins Visier zu nehmen und drücke dann X, um die Multifokus-Attacke zu entfesseln. Unterschiedliche Multifokus-Kommandos. Jetzt haben wir da eine neue Leiste. Die Multifokus-Leiste. Die hätten wir mal eben gerade vorher gebraucht. Aber na gut. Das ist nur Deko. Ne, das ist nicht nur Deko. Da haben wir eine Truhe. Und einen Fokustrank. Können wir auch kaputt machen. So, wo sind wir denn reingekommen? Da, ne? Von da sind wir gekommen. Und wir sehen ja, da haben wir auch... Ich denke, ich zweimal nacheinander. Da haben wir hier auch so eine schöne Vase oder was auch immer. Das darstellen soll. Hier links geht's auch lang. Da ist auch eine Truhe. Eine Botion. Gut. Und dann begeben wir uns mal jetzt Richtung... Ja, wo auch immer wir uns hinbegeben. So krass. Ich hab das gestern das letzte Mal gespielt. Und jetzt gleich wieder muss ich mich konzentrieren. Und Steuerung hier... Ist dann doch wieder ein wenig... Naja, Anfänge sind immer schwer. Man verändert nicht das. Verinnert nicht... Oh. Ihr wisst, was ich sagen möchte. Ich merke schon, wie es heute nicht so meinen... So, wollen wir mal jetzt gucken, ob es hier jetzt ein Multifokus-Kommando... Ah, coole Sache. Oh, Wunderbärchen. Finale. Oh, da sind noch welche. Wunderbar. Also man kann hier so viel drücken, machen und tun. Aber es sieht einfach genial aus. Und es macht richtig viel Laune. So, da ist ein Speicherpunkt. Aber den können wir ja nochmal mitnehmen. Dann haben wir nämlich gleich auch wieder unser... Multifokus-Auflade-Karte. Reicht der Götter? Na bitte. Ah, es reicht, wenn man einfach nur reintritt. Sehr geil. Okay. Das war vorher auch noch nie so ganz klar. Oh, Patch-Taste. Ach, cool. Abgelegene Schmiede. Dann gucken wir mal. Okay, erstmal Kessel ausrichten. Entlang schlittern Herausforderungen. Während entlang schlittern Herausforderungen musst du dich gegen Gegner verteidigen. Neige den linken Joystick, um die Zimmerkirche zu bewegen und drücke dann R2 oder X, um Lichtbälle zu verschießen. Und Kreisdruck springen. Okay. Und dann kriegen wir oben die Kessel bewegt. Die kriegen wir bestimmt irgendwo anders bewegt. Na, probieren wir mal erstmal. Also schießen und springen. Wunderbar, weil er jetzt richtig viel mit schießen. Ragnarölk. Und Raketen. Und dann ist es da her. Meine Fresse. Es ist ein Effektfeuerwerk vom Allerfeinsten. Und es macht richtig Laune. Wir hätten sogar noch das Piratenschiff aktivieren können. So, aber jetzt müssen wir uns erstmal wieder orientieren. Da unten sind wir vorhin lang gerutscht nach unten. Hier machen wir mal alles noch ein bisschen kaputt. Wie komme ich denn da oben dann hin? Ist schön, dass alles blinkt. Okay, wird erklärt. Logisch. Während du mit der Multifokus-Zielmarkierung etwas ins Visier nimmst, kannst du auch Viereck drücken, um dich augenblicklich an die zuletzt ambisierte Stelle zu teleportieren. Dabei führst du einen sogenannten Windschritt aus. Ein Windschritt verbraucht die Energie der Fokusleiste nicht. Du kannst ihn also ganz nach Belieben einsetzen. Coolio. Das machen wir gleich. Aber erstmal gucken wir hier, dass wir hier noch irgendwie die Schmiede vielleicht gerettet kriegen. Oder eventuell noch irgendetwas finden. Aber es sieht so aus, als wäre das jetzt hier nicht möglich. So, das war der Windschritt. Ja, auch nicht schlecht. Jetzt hänge ich hier. Ah. Meine Fokusleiste sinkt doch trotzdem. Ach nee, da ist er wieder. Alles klar. Also nur für den, für den Moment. Wo komme ich denn da jetzt nicht hoch? Das hatte vorhin so wunderschön funktioniert gehabt. So, genau so wollten wir. Nein, ist nicht wieder die falsche. So, ätzend. Und jetzt bitte die richtige. Dankeschön. Was lange währt, wird endlich gut. Es sei mir verziehen. Ihr kennt es ja. Manchmal hat man solche Tage, manchmal solche. Und heute ist halt eben einer der solchen, ne? So. Aber ich wollte doch in der Schmiede die Kessel richtig machen. Ich fahr... Verschwinde doch immer mehr. Und wo geht's hin? Will ich doch wieder hier, wo ich herkomme? Das muss ich alles nicht verstehen. Na mal gucken. Wir werden's sehen. Es ist ja gerade mal so die Hälfte des Partes. Wir haben schon viel gemacht. Nix geschafft. Wunderschönst. So, wie wir sehen, sammeln wir hier aber immer noch immer ein paar schöne Sachen. Ich hätte darauf schwören können, dass da irgendwo eine Truhe liegt. So, hier sind wir auch im Niemalsland. Ja, wunderschön am Anfang des Spiels immer schon in so eine Bredouillen zu kommen. Okay, hier waren wir doch noch nicht. Die Kleinen sind natürlich immer schön. So, dann setzen wir mal hier unser Piratenschiff ein. Können wir gleich ins große Finale, glaube ich, gehen, ne? Ich hätte jetzt gedacht, dass wir alles hier weghauen. Mit dem Piratenschiff. Aber man muss es doch an den richtigen Stellen einsetzen. Kommt mir so vor. Der aufmerksame Beobachter hat eben gerade so einen kleinen Mickey-Kopf gesehen. Ja, der wird auch noch später interessant. Und dann müssen wir erstmal bis dahin kommen. So, hier ist doch da, wo wir gestartet sind. Hier bin ich doch vorhin reingelaufen. Max. Oh, Donut ist auch dabei. Oh, Donut ist auch dabei. Oh, Donut ist auch dabei. Oh, der ist ja auch gleich fertig. Machen wir mal den so. Und dann sollte das sich auch erledigt haben. Also ich glaube, ich komme so schon relativ gut klar mit dem Kämpfen. Das macht auch einen Heidenspaß, wie gesagt. Ähm, man kann sich ja entscheiden, ob man diese Kombos weiterführen möchte. Ob man sagt, okay, das reicht mir. So, haben wir jetzt hier Gegner. Ja, hier haben wir Gegner. Oh, nicht wenige. Da muss man sogar aufpassen. Ach, die schießen auf mich. Sauerei. Okay, wir sind in Wolkengrat angekommen. Ähm, also hier geht es schon mal weiter, aber ich, also, die Schmiede hängt mir noch nach. Die möchte ich nämlich eigentlich gerne. Das haben wir jetzt hier. Ach, cool. Also kommt relativ häufig. Das wollte ich mal ganz ehrlich sagen, ne? Ja. 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 Wenn ich bei dem den Kuh finde, ist, du kannst das Finale einsetzen und danach hast du noch ein klein wenig Zeit. Okay, da unten war wohl auch noch einer. Aber ich habe ja zwei tapfere Mitstreiter. Und die sollen ja auch noch was zu tun haben, ne? Ich wollte nur mal gucken. Ich wollte nur mal gucken. War alles so geplant. So halbwegs. Na, ich weiß ja nicht. Hier war ich doch schon. Jetzt bin ich doch gleich wieder hier. Gott, stehe mir bei. Bisschen doch irgendeinen anderen Weg. Da oben fliegen auch noch Steine rum. Habe ich da doch irgendwas übers... Hm. Ich sage nichts. Ihr bitte auch nicht. Wir sind an der Hilmetspitze angekommen. Oh, guckt mal an, was da steht. Das sieht doch schon böse aus. Und ich glaube, Hades steht da auch. Und da müssen wir jetzt echt mal überlegen, ob wir das in knapp acht Minuten schaffen. Aber ja. Das schaffen wir. Ich versuche, Hades, wenn ich rauskomme. Ich bin derjenige, Hades, wenn ich rauskomme. Nein, ich bin derjenige Orte jetzt, Bolt-Boy. Ich bin nicht zufrieden, Hades. Ich bin nicht zufrieden, Hades, 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 Hades. Ich bin nicht zufrieden, Hades, Hades. Ich bin nicht zufrieden, Hades, 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 Hades. Die Titanen müssen besiegt werden. Und genau das werden wir jetzt auch hoch. Versuchen zu machen. Okay, das war zu früh. Wir werden mal bis oben laufen. Bufi ist aus, startklar. Bufi-Bomba. Da hat er, da hat er nicht aufgepasst. Jetzt kommt welcher Eisarten hinterher und ich komme hier nicht raus. muss. So, dann haben wir hier einen Betäubungsschlag mit rein in die Zimmern. Das sieht gut verwirrend aus, aber es ist es gar nicht. Man muss nur in der richtigen Reihenfolge mal hier ausweichen drücken und dann geht das. Aber jetzt bin ich ein bisschen orientierungslos. Wo sind meine Gegner? Und auf die Mütze. Wenn es nach mir geht, möchte ich jetzt jetzt habe ich Magiekarussell frei. Attraktion Magiekarussell. Drücke X, wenn der größer werdende Ring aus Licht mit dem äußeren Kreis überlappt, um Gegner in die Luft zu schleudern und ihnen massiven Schaden zuzufügen. Drücke weiter im richtigen Timing X, um das Karussell schneller anzutreiben und einen Kommando-Punkte-Bonus als Belohnung zu erhalten. Boah. Alles klar. Wir werden versuchen, zu verstehen, um was es geht. Ah, alles klar. Bang. Naja, und Finale. Lass mal gucken. Ich glaube, der andere, den hat es schon zersäbelt. Wo ist er denn? Wo sind wir? Ach da. Dann ist die Attacke auch stark. Just one Titan left. Besiege Stratos. Ich dachte vielleicht, kann man da... Ja, ich bin hochkonzentriert. Ihr merkt es vielleicht. Ja, da war nix mit hochkonzentriert. Das Schlimme ist, wir können nicht immer ausweichen. Also nicht zigtausend mal nacheinander. Und Angriff. Oh, jetzt können wir... Oh, jetzt können wir... Komm, das ist doch gleich gewesen sein hier. So, der hat mehrere Leben. Ach, jetzt verstehe ich das erst mal. Da oben mit den Punkten unten drunter. Wir sind gut dabei hier. Jetzt machen wir einen... ordentlich Schaden. Das hat leider nix gebracht. Gut, aber wir sind wieder dran. Komm. Jetzt. Also man kann ja sagen, was man will. Für den ersten großen Bosskampf ist das Ding hier... Mörders. Mörders geil. Sind wir wieder unten? Und das ist jetzt einfach hoffentlich ein bisschen intelligenter. Wir kennen ja nun die Reihenfolge so in etwa. Oh, da ist Attraktion jetzt. Ich dachte, das wäre vielleicht intelligent, aber das war es nicht. Damit habe ich, glaube ich, die Attraktion auch nicht geschafft. Naja, wir lernen ja noch. So, jetzt geht es wieder los. Eine Runde fliegen. Ich glaube, dass ich es diesmal besser mache. Was das Fliegen betrifft. So, jetzt kommt hier gleich wieder. Uh. Komm, gib es mir. Oh, Mensch. Der war gar nicht mehr so verkehrt. Aber nix. Wir sind ja hier im letzten Segment von seinen Lebenspunkten. Müssen wir hier nochmal was bringen, ja. So, jetzt aber hier volle Kanne. Und versuche ich nur hier nicht abzuhauen. Der Pfeift hat schon aus dem letzten Loch. Wir zwar auch. Wutform. Nein, ich habe es mir nicht verkackt. Jetzt kommt, der muss doch jetzt aber gewesen sein. Ah, ich war zu weit weg. Naja. Da ist es. Bam. Und zwar richtig knapp. Ah, spannend. Spannend machen. Das kann ich. Boah. Ja, nicht gerade sehr. Leicht. Ein bisschen zum Schluss gestrauchelt. Ein bisschen, äh, durcheinander gekommen. Aber gewonnen. Das ist das, was zählt. Okay. Das ist das, was ich bin. Also was? Es gibt vier von uns, auch! In der Fall, ich denke, ich kann es fünf machen. Danke, mein Junge. Jetzt, die alten Mann arbeiten! Wenn er sich das Gesicht hält. So, den Kopf so, Aua! Wann? 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 Das ist so, wie es ist. Oh, jeez. Waste. Hold on. I almost forgot. That one's for trying to wreck thieves. You pay for this? I have a very, very long memory. I can still dunk your little nutmeg in a river of death! Are you sure you want to leave all this behind? Isn't Olympus your home? And your family! I can see my family anytime I want. If I stayed, I'd have to be apart from the person I love most. And that life would be empty. I finally know where I belong. Hercules! Please. Sora! We never got back to your question. Can I help? Hmm. It's okay. I think I'm meant to figure it out for myself. I'll find my strength the way you found yours. Something to fight for. With all my heart. Hmm. I guess you did have the answer. Well, you've got heart, Sora. Just keep at it and I know you'll be stronger than ever. Yeah. I might even end up stronger than you are. There we go again. Oh my god. No, no, no. Ola don't.. Oh my god Oh Und wir erhalten die Heldenwiege. Ein Schlüsselschwert mit Fokus auf Angriff, Formänderung, Konterschild. Schlüsselschwert, Formänderung. Manche der Schlüsselschwerter, die du erhältst, sind in der Lage, sich zu transformieren. Sie können eine sogenannte Formänderung durchmachen. Jedes Schlüsselschwert hat seine ganz eigene Formänderung. In seinen geänderten Formen lässt sich ein Schlüsselschwert andere Kombos und Zauber ausführen. Außerdem kannst du einen verheerenden Abschlussangriff auslösen, indem du Dreieck drückst. Wenn du ein Schlüsselschwert Formänderung auslöst, ändert sich womöglich auch Soras Aussehen entsprechend. Und du erhältst Zugriff auf eine neue Auswahl spezieller Fertigkeiten. Manche Formänderungen eignen sich gut für die Defensive, andere wiederum für das Wirken von Magie. Experimentiere herum, womit du am besten zurechtkommst. Gut, wir haben eben gerade mitgekriegt, das Ding hier ist Fokus Angriff. Ähm, schließen. Okay, also wir haben eine Offensivwaffe, die sich in eine Defensivwaffe verändert. Halte Vierecke drückt, während der Schlüsselschwert verwandelt ist, um für eine bestimmte Zeitspanne eine dauerhafte Abwehrhaltung einzunehmen. Das Blocken von gegnerischen Attacken lädt dein Schild bis zu seinem Maximum von zwei Stufen auf. Drücke X, während der Schild aufgeladen ist, um je nach Ladestufe einen speziellen Blockkonto auszuführen. Alright. Gucken, ob wir das uns alles merken können. Schlüsselschwerter wechseln. So er kann bis zu drei Schlüsselschwerter zur selben Zeit im Kampf mit sich führen. Um zwischen ihnen zu wechseln, bewege den Zeiger im Kommandomenü auf Angriff und drücke rechts oder links auf dem, naja hier, auf dem Steuerkreuz. Wechselter Schlüsselschwert je nach Situation selbst mitten in einer Kombo, damit verleihst du den Kämpfen noch mehr taktische Finesse. Ui. Na dann wollen wir mal die Heldenwiege mit reinhauen. Hier war ja die Formänderung schon zweite Form, klar, die war relativ cool. Hier war Konterschild, okay. Ah, hier sieht man mal den Unterschied, ne? Angriff 5, hier ist Angriff 4, Magie geht dafür runter. So, wir sind mittlerweile Stufe 7, außer Herkules und Donut, die sind Stufe 8, aber Herkules werden wir ja, denke ich mal, jetzt gleich verlieren. So, ihr habt ihr sicher, dass diese Box mit dem Buch des Prophecisses ist für reals? Ich denke, das Ding-Badded Black war in deinem Lack. Be quiet und dich, du imbecile! Ich muss find diesen Buch des Prophecisses und machen es mein eigenes. Es war die einzige Beispiele, die wir haben. Wir können nicht die Beispiele auszuladen, ohne eine thorough Beispiele. Ich denke, das Schöne ist ein Schöne ist, das nicht mehr zu kommen. Was ist das? Hast du etwas gefunden? Dembe es mir einmal, fool! Ja, Herr, einfach. Das muss das Pandora's Box Hades erwähnt sein. Lass es. Was? Nach dem ganzen Verpacken? Das ist nicht die Box, die ich wünsche. Wir sind mit diesem Welt. Komm! Hey! Was war das? Mörder-Cliff-Hänger! Möge dein Herz... Ey! Was war das? Oh! was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Wann hinsicht, Peter? Wann haben wir den? Wann ist eine Wann der Kopeure? Wann? Wann haben wir ihn? Wann? Wow. Wann haben wir, wann... Was ist denn, Riku? Du bist leid? Du brauchst eine Pause? Wir können uns nicht mehr остановieren. Nein, nur... Ich bin hier. Ich sollte dieses Ort wissen. Aber das alles sieht aus wie ein anderes Leben. Well, gee. Think of all you've gesehen. All the feelings you've felt. Why, you've done years of growing in almost no time at all. I remember my first time here. I was so scared. But now my doubts and fears are gone. If anything, I feel exhilarated. And it's not because there's darkness in me. I know too well what that rush is like. This is different. And it's not adrenaline either. I know Aqua needs us. But I'm ready. I'm in control now. Maybe it's because you're with me this time. It's not me. I think it's because you finally found inside you that special strength to protect what matters. What? Sometimes you care so much for somebody that other feelings disappear. And then there's no room for fear or doubt. Is that it? Strength to protect what matters. It reminds me of a promise I made. To who? Just someone I once met. Can't tell. Sounds like a good memory. Yeah. While we're reminiscing. Mickey. Does any of this look familiar? Sort of. But the realm of darkness has changed since I was here with Aqua. Ja, es ist anders aus dem, was ich erinnere. Usually, ich würde nur mein Herz folgen, und Aqua würde mir den Weg zeigen. Aber je näher bin ich, desto besser unsere Verbindung fühlt. Du meinst... Vielleicht. Aber wir können nicht aufhören. Ja. Na, die Suche nach Aqua. Und das sind halt gerade genau die 10, wo ich meine, da muss man ein bisschen mit der Story Ahnung haben, was da so vor 14 Jahren auch passierte. Und in den ganzen Zeitablegern. Und... Ja. Da gibt es sehr, sehr viel zu erfahren. Diese Beach. Es ist weg. Huh? Ich bin positiv Aqua war hier. Aber jetzt, ihre Träume hat sich schon sehr verletzt. Ich bin hier, auch. Mit Sora. Really? Das ist, wo wir uns zurück in den Raum der Licht gefunden haben. Hey, vielleicht Aqua auch. Aqua... ... hat sich in ein even darker Abyss fallen. ... hat sich in den Raum der Licht gefunden haben. Und ich glaube, wir sind nicht bereit, dass wir in den Raum gehen können, als wir bereits sind. Also, dann... Oh, nein! Was? Riku, sei vorsichtig. Selbst die mindestens schrecklichen Heartless sind stärker in diesem Raum. Ich habe es. So, richtig cool. Jetzt sind wir Riku. Und mit Riku können wir uns heilen? Riku ist sowieso, ihr seht es ja. Naja, kann ja ein bisschen... Oh, die Leute haben jetzt nicht mehr die Möglichkeit, uns zu heilen. Das habe ich ja nicht gut gemacht. Ja, dann werden wir mal ein bisschen... Versuchen hier... Mit Riku zusammen im Doppelduell. Und eigentlich wollte ich ein Part werden, wir sind jetzt schon knapp bei 50 Minuten. Aber ihr seht es ja. Hier geht es Schlag auf Schlag. Es ist nicht vorbei. Be careful! Oh, nein! Ew! Riku! Oh, nein! Bloß nichts verraten. Woher die Heartless sind? Ich habe mehr als eine halbe von ihnen, und die resten verraten. Aber sie verraten dich erst. Danke. Ich verdiene dich. Ich weiß, dass du dich fühlst, aber wir sind nicht. Du bist okay, Miki? Ja, dank der neue Geräte. Aber deine Keyblade... Oh. Hm. Die Heartless hier sind stärker als wir erwartet. Ich glaube, wir sollten wahrscheinlich unsere Keyblades aufbauen, bevor wir hier sind. Ich glaube, wir müssen zurück nach Yen-Sitz-Tower zurückkommen, damit wir wiederholen können. Aber Aqua ist... Still down here, alone. Facing enemies like that. Ich weiß. Aber Aqua... Sie ist wie Sura. Was? Nein, 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 nein. Sie ist wie Sura. Was? Oh. Oh. Okay. Okay. Good. Then I guess she's gonna be alright. Sora could fall into any darkness and swim his way out. Besides, we won't be long. Right. Huh? Can't use this Keyblade anymore. Might as well leave it here. For the other me. Wha? ... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Der mystische Turm 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 Der mystische Turm